Tust du auf YouTube streamen oder auf Twitch? Hast du wirklich das Ganze angeschaut? Wirklich. Ja, ich weiß gar nicht. Warte, auf was streamst du denn jetzt? Auf Twitch oder auf YouTube? Oh. Ja. Jawohl. Hallo. Oh nein. Oh, meine ist eigentlich mega gut. Ich muss nur Doppel-W umstellen. Doppel-W, Doppel-W. Doppel-W, 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 Doppel-W. Oh, shit. Ja, ich mach's. Okay. Die TPS sind ziemlich scheiße, ja. Drei. Ja. Oh lord, das ist ja schon fast schlimmer als auf 2B2T, man. Ich check's nicht, wieso das die Leute noch enjoyen, man. Du musst 13 Stunden warten, bis du überhaupt spielen kannst. Ja, sicher. Willst du versuchen zu speedrunnen? Oder schnell zu... Ich weiß es nicht. Nicht? Naja, stimmt. Ja, sie tun wahrscheinlich dynamisch einstellen vielleicht oder so. Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Ich will nicht denken. Ah ja, stimmt. Das mit den Ärzten haben wir jetzt so gemacht. Stimmt, das müssen wir mit Fortune machen. Ja, ja, die kannst du jetzt. Du kannst. Genau, du kriegst sie jetzt so wie Diamant nämlich. Und zwar... Du musst aber immer noch schmelzen. Aber du kannst jetzt mit Fortune das auch abfahren. Das ist das, was ich gerne. Kohle und Iron. Achso, ja, Kohle, aber Iron noch nicht. Du weißt ja, ist mein Iron. Du kriegst jetzt diese... Erz oder was heißt. Unrefine. Warum? Ja, die, wo ich vor ein Rennen gehen wollte wahrscheinlich. Wo Iron direkt beim Eingang ist. So, warte, ich komme. Ja, ich weiß, was ist ihr das, was der versucht hat zu erklären? Ja, das ist so geil. Ja. Ja, oh mein Gott. Digga, das ist so geil. Ja. Ja, voll. Ja, voll. Ja, ja, voll. Die Cave Generation sind mega gut, holy shit. Komm, komm rauf. Normale Kolossau. Soda Skelett stirbt im Namen Gottes. Okay. Yo, what the fuck. Das ist Kupfer wahrscheinlich. Sieht aus wie verrostetes Eisen oder so. Wenn es oxidiert wird. Ja. Ja, keine Ahnung. Whatever. Whatever. Ich weiß nicht. Ich dachte Koalition ist so mit Säure oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ja. Ja, ja. Was ist er sicher? Ja. Ja, ja. Was ist er sicher? Ja, ja. Ja, oxidieren. Keine Ahnung. Das hört sich einfach für mich erklären. Selbst erklären daran. Weißt du das, man. Kommt halt in Berührung mit Sauerstoff. Was? Ja. Achso, so meinst. Ja. Korrosion. Korrosion. Ist das nicht irgendwie so Verschmutzung oder sowas? Korrosion? Ich schau mal Digga, was bedeutet das? Korrosion. Zersetzen, zerfressen, zernageln ist aus technischer Sicht die Reaktion eines Werkstoffs mit seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung des Werkstoffs bewirkt. Achso. 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 Wirklich? Ja, ja. Sicher gar nicht die. Die sind mega geil. Die sich, äh. Die, die sich, ich weiß was nimmt. Die sich, äh. Die ihre Friedmaßen heilen können. Äh. 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 Die Diebse können ihre, ihre, ihre. Lipps, sorry. Ja, sie können sie halt. Sie tun. Genau. Sie tun sich auch manchmal selbst amputieren, wenn er beschädigt ist. Zum Beispiel. Hast du schonmal so ein Video gesehen, wie sie sich selbst amputieren? Ja. Warum? Zehn oder so. Nein, ja. Stimmt, jetzt ist es anders. Stimmt. Digga, du machst so ne große Sache draus immer. Das ist einfach, das ist einfach Teil deiner Persönlichkeit, man. Das, das, das liebe ich an dir, man. Hehehe. 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 Ja. Es war unser Leben. Es war wirklich unser Leben. Man kann halt nicht mehr sagen. Ja. Ja. In unserer Kindheit war es unser Leben, ja. In der Schule, man denkt nicht an die Schule, man denkt, was man nach der Schule macht. Auf welchen Zaubermann spielt. Was man auf Gomme macht. Was man auf Gomme spielt. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oder Fortnite. Ich würde mir früher nicht sagen, ja, kauft ihr genau die Skins. Werd Pro in Fortnite. Ja, ich mein, Geld wär eigentlich eh kein Problem. Mit jeder Nische kann man eigentlich Geld verdienen, wenn man Zukunft knowledge hat. Aktienmäßig auch. Das ist Geld wär gar kein Problem. Ich glaub, es wär eher so... Dogecoin, ja sicher. Wirklich. Oh, 11 Cent. Digga, nicht schlecht. Ich glaub, der war vor ein paar Monaten noch auf 5 oder 2 Cent. Oh, krank. Ich frage mich, ob er jemals über... 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 über 1... einer... Nein, überwürdig, kann ich weiß nicht. Aber über einen Dollar mehr nicht. Ob er jemals über einen Dollar wert sind mit einem Coin. Sagen wir mal, wo bist du eigentlich? Oh, irgendeine. Willst du denn wieder runterkommen? Willst du die Cave weiter exploren? Weil die Cave Generation ist ziemlich geil. Oh, komm runter, wir können sich eh hier melden. Das war okay. Ich hab Food, ich hab Food. Ich hab mega viel Food. Dann, wenn du runterkommst, ich dich gleich, okay? Ich weiß, was... Das war okay. Ich hab schreckt. Ich hab das. Ich hab das von der Straße. Desjave. Oh, das war okay. Ja, wir haben die Mobfarm gehabt und dann haben wir Full Netherite gemacht und Iso hat dann so ewig gebraucht und hat uns dann aufgehalten, weil er sich noch eine Axt oder sowas machen wollte. Ich so, woher zum Fick brauchst du eine Axt? Komm, wir gehen jetzt den Enderdrachen bieten. Und das war, wo ich zum ersten Mal den Enderdrachen umgebracht habe. Ich spiel schon sooo viele Jahre Minecraft und hab den Enderdrachen genau einmal geschaden. Enderdrachen. Was meins muss? Achso, die Armor. Ja, was? Was denn? Upgrades. Was meins Upgrades? Achso. Wo denn? Was du so meinst? Sozusagen welche... Ja, ja, verstehe ich schon, ne? Sozusagen das Nutzen zu Kosten-Ding. Okay, ja. Ja. Gut. Einen Eisenach, da kann ich mir einen Brustkorb... Brust... Ja, nein, nicht Brustkorb. Brustkorb, da kann ich mir dann einen Brustkorb reinkaufen. Okay. Okay. Oh, danke. Gut, ich mach mir mal gut. Oh, schau mal, ich weiß, dass wir ein bisschen blumen... Ich weiß generell nicht, ob ich bauen will. Ich will mal ein paar Erdze sammeln. Ja. Krieg ich Eileisen vielleicht? Eileisen. Äh, ja, und deinen Helm mach ich mir auch noch. Mega, mega geil, ja. Besonders weiter unten dann. Warte, wo bist du wieder reingegangen? Achso. Ja. Okay, ja. Ja. Oh mein Gott, Holzschwerte sind so scheiße, Mann. Oh mein Gott, ich sterbe. Ah! Hm. Das ist ein Farm, ja. 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 Ich muss ja nicht mit Wow, ein Fächer Dürfkult spielen wir auf normal, oder? Ach so, warte, wir können's ja sehen. Ah, auf easy, ok. Ja. Geht das schnell? Oder musst du dann kurz durchstarten? Oh, jetzt schon? Oh ja, stimmt. In der Konsole einfach, oder was? Slash, slash, Gommemode. Oh, shit. Ja. Ja. Ja, ich hab ziemlich viel, ne. Auf allem trotz der bald Food braucht man ja immer. Äh, ja, okay. Das heißt, du liefst auf Discord, und ich schlafe im Wille. Zwei was? Oh, super. Ähm, ich hab genau nur Strings. Ich hab's nicht. Hm, ja. Stimmt ja. Aber wie? Da. In der Ravine. Ja. Ich weiß nicht. Eine Schlucht vielleicht. Dass ich dir, dass ich dir den deutschen Ausdruck... Dass du den englischen Ausdruck verwendest, statt den deutschen. Und dass ich den deutschen weiß, was eine Abwechslung war. Und dass du den vergangen hast. Und dass du den vergangen hast. Und dass du den vergangen hast. Und ich? Ich habe den vergangenen. Was brauche ich denn, ich brauche nur... Nein, das nehm ich mir nicht. Holz braucht man. Crafting table braucht man. Sonst braucht man eh nix. ARS Ja, stimmt. Da muss man nicht so lange. I see the light, ist halt sicher irgendein Lied oder so. Tja, fahr armfleisch. Im Ramadan ist der Schweinefleisch. Ah, das Lied meinst du. Von The Weeknd. So wohl. You may not rest now. There are monsters nearby. Tja. 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 Also nein, nein, der Mod, boah, das war geil. Du kannst dir nicht vorstellen, man. Das war's. Als Kind ist es einfach was komplett anderes, man. Das ist einfach. Halt jetzt ist alles so, 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 so normal. Einfach, weiß ich mal, so unspektakulär. Aber als Kind ist es was so krank. Ich hab sieben Stakes. All right, I think we can go now. Ein bisschen Kohle nehme ich noch mit, okay. Ah ja, und ich muss mich für eine Coding Challenge, für einen Ferialjob vorbereiten, der mega schwer ist. Oder die mega schwer ist. Also insgesamt irgendwie zehn Sachen, wo ich mindestens ein paar Tage Vorbereitung brauch. Alles in zwei Wochen. Okay. Redstone sehe ich doch, boah, wie geil sieht Redstone aus. Wie ein Ding, so ein Mob oder so. Also, wie viel Milliarden Views hättest du, wenn du das uploaden würdest, vor sieben Jahren oder so. Naja, die Menschen würden wahrscheinlich, ja, es ist einfach ein Motto oder so, ja. Und dann so, äh, okay, ja. Oder eher mit dem heutigen Verständnis von dem YouTube-Algorithmus. Englisch, let's see. Toff. Ja, der Sound ist ziemlich geil. Oh, digger. Cobbled deepslate. Cobbled deepslate. Oh. Oh. uh dripstone block Oh shit, was ist das? Gönn dir, komm her. Radioaktive Squids, bro. Nimm mal mehr grau. Digga, das sind radioaktive Squids, bro. Schau. Wollen wir die umbringen? Die sind so majestätisch, alter. Lol. Oh. Okay. Oh. So Neon-Stuff. Das ist ja geil. Digga. Ui. Digga. Ja. Wir haben aber wahrscheinlich eh Digga mit in der neuen Generation-Ding. Generation. Und weißt du... Ah man, wir hätten Irony-Getsman. Gib ihm mal drei. Bin zu dir. Bin zu dir. Ich hab eh drei. So. Genau. Oh. Was? Warte, welche Höhe? Achso, Höhe fünf sind wir schon, Digga. Warte mal. Ich schau mal kurz. Ich schau mal kurz. 1.17 or... äh... ... ... ...distribution. Da. Achso, das ist not final hier irgendwas. Die haben jetzt heute ein Video rausgebracht, dass sie irgendwie überarbeitet sind oder so. Deswegen wird verspätet. Ja, ja, haltet los. Ja. Ja, da. Ja, ja. So nen Dieb darf ich einfach machen, ja. Ja. Ja, also, okay. Ja. Also, es sieht so aus, als ob auf der lowesten Höhe die meisten Deers sind. Ja, auf der lowesten, genau. Sind die meisten Deers. Und dann wird's progressiv weniger. Sinn. Ja, mehr Druck, ja. Das heißt, ich würd sagen, wir stripminen uns ganz runter. Äh, wir straight minen uns ja ganz runter. Okay, da ist Bedrock. Das heißt, wir gehen auf die Höhe da. Warte, siehst du? Genau, die hier. Wo ich grad'n Bock hab. Ja, ja. Deswegen will ich auf... Da, hohe Höf hier. LoL. Ey, gönn dir das mal. Gönn dir das Redstone mal. Sieht auch ziemlich geil aus, oder? Achso. Du musst mal das nochmal machen. Ja. 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 Aber ich sag's ja, Avatar ist wirklich eine der besten fucking Shows, die jemals created worden sind. EINE der besten Shows, mit Clone Wars natürlich. Als ob, die wollten mir ehren schon. Geil. Uh, I found gold. Ah ja, btw, ich habe mir Sea of Thieves gekauft. Und egal. Für 10 Euro ist er gekauft. Kennst du das, Sea of Thieves? Aber kennst du Sea of Thieves? Ja, ich find's ziemlich geil. Ich glaub dir wird's auch, dir Würde ist auch gefreut. Willst du die, obwohl nein, nein? NEIN! Okay, unabhängig, vielleicht. It was not intended. I'm sorry, Master. Na, ich mach die Seitenschächte einfach. So, covern wir mehr Blöcke im Endeffekt. Glaube ich. Ich hab noch nicht, leider. Okay. Ich will schauen, wie die neuen Dias aussehen. Also, ich weiß mir noch eine neue Auskauf. Also, ich weiß mir noch eine neue Auskauf. Ja. Okay. Ich hab's mega getrunken. Ich hab schon. Tolumi. Ähm, ich weiß es nicht, nein. Vielleicht schenkt ein Anime-Show oder so. Ich hab noch eine japanische Sprache. Ja. ISO. Okay. Cool. Tolumi. Hört sich cool an. Wofür? 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 Iso im Sinne von Isolieren oder was? Iso in Japanisch. Coolanimalnames.com wirklich also ich weiß noch wo wir vor einem jahr 20 15 oder sage ich doch was für 1.18k update 1.17 ist ja noch nicht mal draußen na ich meine beides gleich to be completely honest warte mal you will find most diamonds in 1.17 at levels minus 63 warte mal vielleicht müssen wir einfach nur ein opening finden oder so aus dem bedrock obwohl wo ich durch die map geglitscht bin habe ich nichts unter der map gesehen naja wo ich gejoint bin bin ich kurz unter die map gesehen ha und what the fuck was für ein minus ist der blabber die fake news ja es gibt es gibt keine information es gibt noch keine information es ist noch nicht fertig die ding die oil generation faktiker faktiker oh k vielleicht ja warte ich tun rein in den call äh faktiker ja in unseren call oder Wenn ich ihn reintun könnte, man, ich hab diese Zeichen nicht in seinem Namen. Warte, ich kopier's. Das ist aber nicht sehr Aski von ihm. Ich weiß nicht mal, ob er reden kann. Vielleicht kann er nicht reden. Ja, scheiße. In real-time. Ach, scheiße. Das ist schütten einfach weiter. Oh, okay, ja. Hast du... Oh. Willst du ihn zu uns zippieren, vielleicht, wenn er das nicht mehr dribt? Okay. Soll er... Da kann ich hier runterdrauben. Dann seh ich's. Ja. Schau, die Erze sehen auch ziemlich interessant aus. Das ist irgendwie... Was ist das? Raw Copper, okay. Oh, einmal mit Ding und einmal mit... Einmal mit Slash Save vielleicht? Ich weiß nicht. Ah, okay. Ah, hallo. Hallo. Ja. Sorry. Das ist ein scheiß Chicken auf... Das ist ein Babyzombie auf einem Chicken. Jockey. Und nur ein Babyzombie. Soll ich was heißt. Und nur ein Babyzombie. Und zwar hundertskritte. Ich hab's schuld. Äh... Es kann sein, dass ihr die Version habt, wo keine Dier spawnen. Das... In der Fahr... Ja... Also es gab ne Version, wo es kein... Kein Eisen gab. Und es gibt ne Version, wo es kein Dier gibt. Warte mal, allow me to introduce myself, Fictator. Na, Junge. Na, ich bin stepper und Entstellungen zu gehen. Ich bin ein Geist. Und das ist ein Method, wo es nicht so far los. Ich bin ein Blut. Ich bin ein Mensch. Ja. Ich bin ein Mann. Das wäre ein Problem. Einmal an. Ja. Ja. Es sind ein Problem für eine Diergeist, Ja. Wie heiße ich denn? Also Just Faces Oh shit, okay, das treffe ich mir jetzt im Spektator-Modus an Ja, na, lauf Wer hat das? Was ist Dias? Was ist die Dias? Was ist die Dias? Die Dias? In der Fahrgängerversion gibt es kein Essen Brrr ... Schönen wir halten jetzt noch für drei Stunden, die Strip meint Wir tun ... Dias? Oh Oh, übersteuerst du bei mir so weit bei mir übersteu ich schon nicht 21w 15a oder nicht? streamer schnau na ich war auf der 189 veraltete version und wechsel auf 21w 15a ah so jetzt ich schau mal was das für ein ernst ist ok erlaubt es ja wechselte version schlag ich mal vor ja dann brauchen wir die zweimal ältere version zweimal ältere ok wollen wir warte warte merken wir uns wir haben full iron wir haben eh aber backwards das glaube ich eh weißt du was man ja merkt er full iron food wenn du es backwards machst und da gab es keine blöcke hast du teilweise komplett leere chunks oh ich weiß was wir machen können wir machen die du speicherst die welt genau und wir wir tp'n uns dann zu irgendwelchen zu neuen wo wir noch keine chunks geladen haben in der alten version äh in einer neuen version entschuldigung wie du daik mal ihr profilbild bitte zwei versionen früher also zwei versionen davor und ich mach beim version und an 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 Okay, wisst ihr was, ich geb dir raus, ich geb dir raus, ich geb dir raus, ich geb ihn nicht aus. Fuck this shit. Der hat da 10 Stunden. Ist unfaced eigentlich ein Wort, weil ich glaube unfaced ist ein Wort. Ja, oh mein Gott, wie klug bin ich. Iso ist unfaced, Iso war gerade unfaced. Was heißt unfaced? Not disconcerned or perturbed. Was bedeutet disconcerned, was bedeutet perturbed? Unfaced auf deutsch. Unbeeindruckt. Mein Gehirn ist einfach zu klug für diese Welt. Ertalki mit Zip. Too bad, I'm a stupid boobiehead. Amen. Oh mein Gott, Iso, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Stress ich momentan habe. Du kannst mir anfangen, es hier zu vorstellen. Du hast nicht mal die mentale Katze-Kapazität dir das vorzustellen. Die Katze-Kapazität. Du kannst einfach nur auf das Bild draufklicken. Dann siehst du sie gut genug eigentlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber das sind nur Key Caps. Ich weiß nicht. Trotzdem man, straight fire man. Trotzdem man, straight fire man. Holy shit. Und ich will mit so'n Curly-Kabel. Und mit der Website könnt ihr schauen, was ihr in letzter Zeit auf Spotify gehört habt. In den letzten Wochen, Monat, Jahr, also insgesamt. So, und auf der Website seh ich Dick-Bilder von dir. Da kommt so'n fetter Monkey. Jee, Monkey. Warte, warte. Bei mir, bei mir Top-Artists in, 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 in. Wie heißt Long-Term? So, wie ist, erst dann FX-Zeit ein Elft-Gitter Eminem. Oh, und da kommt fucking Milly Eilich. Obwohl ich sie nicht mal höre. Vielleicht von National oder so. Maybe. Ju-For-A-12. Ju-For-A-12. Minecraft-Name. Logic. Alligator ist auch da. Was ist Alligator? X-X-X-Tentation ist 13. H-Center. R-Game ist echt der fackige Mann. Oh, 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 oh. Schon vaan. Das ist auch von ihm oder? 21 Pilots ist bisschen fützig. Ja, 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 ja. Schau mal bei mir. Ja, du musst ihn machen. Ist drin. Ja, was ist stress? Kannst nicht über Spotify schauen, ich glaub ich kann's schauen. Du kannst dann einfach über Biscuit kurz einen Stream von Google machen, dann kannst du uns zeigen, ob du uns zeigen kannst. Shut your mouth. Shut your mouth too. Okay, warte. Gib mal ein Witz, ey. Okay, ich bin jetzt auf die Seite gegangen, gerne den Screenshot einfach. Yes. Yes, ist online, bin er schon drauf. Just a moment, ey, you, let's continue. Das ist ein Song von Gabor Jabo. Ach so, das ist ein Album, ja. Gabor Jabo. Okay, und höchst theoretisch. Okay, perfekt. Man behaltet seine Sachen. Okay, Jungs. Timon, hast du dir auch das Album aufgemacht? Der Server ist ultra-locky. Okay, Jungs, hier sind eure IPs. Jungs, hier sind eure IPs. Jungs, hier sind eure IPs. Eins Telekom, oder? Ja. Ja, weißt du von wem der, welche ist? Ja, der 1-9-3. Das ist deiner. Das ist deiner, ey. Nicht? Na doch, sicher. 1-9-3, das ist deiner. Jaja. Er hat sie ja schon geoffert. Jaja, ich sage nur die ersten drei. Ich sage nur die ersten drei. 1-9-3, ja. Ja, ich sage nur die ersten drei. Weil Bill Gates ist... Aber weißt du, IPs sind nicht mal so wild. Es ist ziemlich schwer, was anzufangen mit IPs. Jaja, habt ihr gewusst, dass Leute, wenn ihr an Karma glaubt... Dass man stirbt, in 3 Jahren. Leute, die an die Kammer glauben, denken immer so, wenn du zu irgendwem beleidigst oder irgendwelche Behinderten sagst oder so. Wenn du irgendwelche Behinderten sagst. Das ist doch auch, Digga. Ne, wenn du Leute mit Behinderung, wenn du so irgendwie Auslachen hast, dann ist die Eltern das bekommen. Wenn du nur irgendwie das Allgemein das werden, was du auslachst oder... Die Leute lachen so Billgate aus. Haha, wie ein Papa, ein Opfer. Die Ikonix, Ikonix war aus der Oma, dumm Renner. Wer das selber so hart legt. Digga, dead. Oh. Oh. Dropped the N-Words on stream. Let's value on stream. Ey, kennst du King Julio? Ich kenn Cabio. King Julio. Und der Frog. Kennst du ihn? King Julio oder was? Hysterwein im nihil. Oder du Means? Was ist das? Ich glaub... Hier ist King Julio. Da st Collins- Ja, Kamik. Die Professor- Ich kriege die Babyzombie, danke. Ja, aber warum? Hast du einen Ofen? Ja, das werden wir jetzt alle gebrauchen, oder? Ist das Hardcore? Genau das habe ich vor drei Minuten gesagt. Außer in welcher Version du spielen kannst. Lose ist B. Hallo Fuchs. Boah, okay. Gehe ich schon ein bissl her. Lose ist B. Äh, geil, geil. Schaut so aus bei mir. Ich weiß auch, wenn Minecraft 1 und 9 raus vermisst, da habe der Großteil aufgehört mit Minecraft. Hm, na generell. Es war schon ein bisschen so am Dine und sowas, so nach 1.7. Naja, 1.7 war, 1.8 war noch mehr im Hype, aber so. Ich bin später in 1.8 versorgen. Mhm. Mhm, mhm. Ich meine, jetzt gehört sie auf Microsoft. Warte, hast du ein Eisen für mich? Okay, warte, Select of Mega, ich sehe keinen Eisen. Wo ist Eisen? Hast du Eisen gedroppt? Ich sehe nämlich ganz. Okay, warte, Select of Mega, ich sehe keinen Eisen. Warte, ich sehe keinen Eisen. Ah, hier. LOL. Jetzt hat's gedroppt. Okay. Jungs. Gönnt euch den Epic-Joke. Warte mal. Team, man, schau mal. Gönnt euch den Epic-Joke. Die neue Fahre-Trip-Joke. Bist du? Gib mir Feuerzeug. Ja. Ich bin nicht. Ich bin deutschen! Danke. Wie ist das? Ich kenne dich so sehr. Leads ist schon von XXX. Diesen Typ, oder? Extensions? Er stellt dich für eine deutsche, ne? Ich kenn dich sooo gut, sooo gut Sooo gut Jungs, what the fuck, Digga Die Welt ist megaverpackt Kartoschki Jungs Siehste, dass nix auch einfach regeln muss Oh shit, Digga This boy look valid Weapons with Norvis Oh Jungs 15 Kohle gegen ein Emerald Nicht schlecht Nicht schlecht, ich mein No offence Männer leveled Männer boy leveled Why not Ey by the way, die Chunks hier laden einfach nicht Schaut mal Lass ich bei dir, Timon? Ich kenn nicht, ich kenn nicht Ich kenn dich, ich kenn dich Na komm Da bin ich eh nix Oh mein Gott, Jungs Ah, jetzt laden die Chunks Danke Das TNT hat die Chunks geladen Uh, Iron Golem Glücklich Aber ich bringe ihn nicht, um er ist viel zu stark Oh nein, er hilft glücklich Er hilft die Thinischer Er hilft die Thinischer Oh wat, vielleicht mit Ambrunnen oder? Oh no The nisti will explosiv Oh no You gonna die You gonna die No Oh my Das ist so Lofi mit Merkel-Quotes. Ich kenne Dora, D-D-D-Delara. Ja, das kann ich. Oh-oh-oh-oh-oh-osama. Rucksack-Rucksack-Rucksack-Rucksack-Rucksack-Pombe! Oh, ich hab drei- ich hab vier Emeralds gefunden. And I got some red mango. Das ist das, das, das... Oh, das ist so... Ich kann nicht, dass ich mit meiner Freundin habe. Ich kann nicht, dass meine Freundin ist aus Chisien. Ich kann nicht die Kater. Jungs, da ist ein Mini-Villager! Ey, wollen wir nicht ein nicht-euklidisches Minecraft spielen? Wollen wir... Wollen wir Neuse tauschen? Jungs! 23 Sticks gegen ein Emeralds! Ich hab's gefunden! Kommt her! Kommt her! Kommt her! Kommt her! Kommt her! Wir brauchen's jetzt! Wir brauchen's jetzt! Wie hat Bobo's Suit abgekommen? Oh mein Gott. Na, so was ist mein Ende? Lüge! 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 Ehh... Ähh... Digga, Iron... Iron Sword mit Snipe! 3-4-17, Emeralds. Bruuuuuh. Bruuuuh. Bruuuuh. Ey, will der mal leveln? Wieso levelt der... Wieso levelt der Boy nicht eigentlich? Wie levelt man einen Villager? Ah, jetzt. Es hat einfach nur gelaget. Es hat einfach nur gelaget. Danke. Es hat nur gelaget. Danke. Thanks, but I already know the answer. To this question. TP mal zu uns, oder? Ach sooo... Ich hab 18 Emeralds ausgedrungen. Wo ist das überhaupt? Ich bin der Ebene dabei. Wisst ihr, was ich für eine ewig lange Zeit nicht gewusst habe? Dass man bei Streams auch keine Non-Copyright-Musik verwenden muss. Was ist das? Mhm. Netflix? Netflix. Was ist das? Warte, warte. Die blieben auch in einem Sandgebiet. Vielleicht finden sie ja... Ja, tp uns einfach, ja. Warte, aber tp diesen Villager auch mit. Spaß, tp uns ja. Ich hab Shubo Games, warte. Ich hab Shubo Games, warte. Ja, ich... Just Phase X. Just Phase X. Was? Boah, Timon, wieso magst du eigentlich Gebiergesuch so sehr? Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Na, jetzt Oliver und Dennis. Kannst du mit die Peen gehen? Was ist mit Oliver? Warte, ich rufe den Kippen an. Ok, es ist zu spät. Ich wollte mir vor dem Bobo immer so toxisch sein. Okay, ich kenne mich das jetzt. Übrigens enthört sich jetzt Shimon. Er schreibt sich das alles auf was wir sagen und dann in a court of law rendet das alles gegen euch. Okay, viel Spaß. Simon weißt du was für eine Maus? Rocket Cover oder? Nein, Rocket Core Nemo. Welche Maus du hast? Ich hab die Vermischung zurück. Okay, weil ich spiel doch mit der Rocket Cover. Viel Spaß. Ich hab Glück gemacht hier aber so was nicht mehr. Ich hab Glück gemacht hier aber so was nicht mehr. Ich hab die anderen Schöster Kunden. Oh, Thiemann komm mal her. Was ich falsch fand. Aus dem deutschen Reich. Schau was da ist. Hier. Wir können DMT extrahieren. Ja. Ja. Ich sieh jetzt. Hilfe? Oh. Ja gut Jungs macht was ihr wollt. Ich tue jetzt erstmal DMT extrahieren. Jungs macht was ihr wollt aber ich bring erstmal ISO um. Ja. Ja. Oder machen wir mit Slash Z-Word. Spawn. Oder so. Achso. Ich würde sie lieben mal. Ich hab... Ich hab... Ich hab Schattel. Die Wolle eines Mannes ist ein sehr privates Thema. Äh... Hier. Weißt du was? Wir wissen was er darauf jetzt sagt. Ja. Was ich tu mal erstmal meinen ganzen Shit. Tue ich erstmal da rein. Besitzen. Sooo. Das ist... Das geh nicht den T extrahier. Was noch dabei? Es gibt ja so ne Theorie. Aha Bobo. Sooo. Nein. Du hast mir fällt. Das ist kaputt. Okay. Es ist kaputt. Ich hab mich auf den Glückeln. Ich hab was geflogen. Okay, ja. Oh nein, er wandaliert. Ähm. Was wollte ich sagen? Auah. Mein Nacken tut mir extrem schwierig. Ihr könnt's euch halt nicht vorstellen. Scheiße, ich stehe so auf, versuche aufzustehen in meinem Nacken, er tut so weh, ich bin irgendwie falsch geschlafen oder so, falsche Kopfposition, ja, ich seh's gerade, hm, ja. Ich will es nicht, aber weil es mein König sagt, mache ich es. Oh mein Gott, das Wasser hat uns gleich beide gesaved. Das Wasser hat uns gesaved, dude. Holy shit. Ah, jetzt geht das vielleicht mit der negativen. Ah, okay, aber geh weg. Ja, ja, mach, aber geh weg, dass du dich intervierst mit der Umgebung, weißt du das nicht? Oder weißt du, was ist das nicht? Was? Nein, oder? Du bist ja nur im Spectator. Ach so. Ach so. Ja. Nein, nein, aus wird es schon geben. Glaube ich. Hoffe ich. Also jetzt kann man, Strip mannen, oder? Wenn es auf Höhe 9 mal, ja. Ja, stimmt. So ist es am Chalice. Ich finde es halt genau, ja, was sagt. Ja, das ist ein Punkt. Allerdings ganz oben misst du da einen Block, weil bis 12 sind ja die meisten, weißt du was man? Und dann ist ja der Block oben, ist ja Höhe 13 sozusagen. Und das ist halt schon außerhalb von dieser Range, deswegen, ja. Denk ich mir, Höhe 10 oder so ist besser. Vielleicht. Ja, ich kann mal. Ja, Leute. Ja. Für Ops hier was. Bei den Schaden fängt es erst so richtig los. Na, ich würde sagen, bei Village und fängt es erst so richtig an. Mit dem Late Game. Mit dem Mid to Late Game. Keido Cheater. Das war ganz klarer, ähm, hm, wie nennt man das? Wie nennt man diese, dieses rhetorische Mittel? Die Antwort bereits bekannt ist. Eine rhetorische Aussage? Nein. Ich meine, na, warte, es ist ja nicht mehr wo die Antwort bekannt ist. Also welche auch Lava. Äh. Es war ja keine Frage, das heißt, eigentlich. Er ist irgendwo bei euch, oder wo ist er? Okay, du Cheater. Hm. Ironisch? Sarkastisch? Ironisch. Ich glaube, ironisch, ja. Ich weiß nicht, da gibt es sicher einen Namen. Wir mussten die scheiß, ähm, Mittel, die scheiß rhetorischen Mittel mussten wir mal lernen. Zum Beispiel, es gibt ein rhetorisches Mittel, das heißt Litotes. Das ist die Verneinung des Gegenteils, zum Beispiel nicht langsam oder sowas, dass der Mann nie tot ist. Ja, ich, 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 ich gebe euch jetzt ein paar rhetorische Mittel, egal ob es sich interessiert oder nicht. Hier ist López, hier ist López. Äh, wie viel braucht man? Drei plus drei sind sechs plus Vier sind zehn, ja. Hi. Warte, ist, ist okay, ist okay. Ich bin ein Vorbereiteter, bin ein Vorbereiteter. Mit meinem Minecraft-Knowledge habe ich natürlich immer in Wassereimer bereits. Ja gut, ich hätte Lautes, falls du mal so, falls du Basic Enchant mal machen willst, zum Beispiel auf die Rüstungszeile oder so. Was denn? Ach so wirklich, da gibt es neue Dinge oder was? Ja, ist egal. Die sind so selten, die sind seltener als fucking Ding. Die Adern sind nur ein Block. Echt? Okay. Okay. Okay, weil ich habe letztens in irgendeinem Short, YouTube-Short oder so gesagt, das ist anscheinend eins. Vielleicht in der Neuen, also wer weiß. Ach so, wir müssen nicht mal Opsi-Farmen, wir Dummköpfe. Wir können das mit diesem Trick machen. Ach so, okay, ja. Ach so, so meinst du. Das ist ja schneller wahrscheinlich. Wie viel Eisen hast du denn damit? Durch 3 ist 7. Ui, okay, warte, dann schmerzt du los. Oh Gott, ich wollte gerade einen Craften, einen Trade-Table-Craften. Was denn? Oha, wirklich, das ist nicht mehr verbrannt. Das wäre geil, aber eh, das wäre auch ein bisschen unrealistisch, glaube ich. Wenn du so ein normales Ball reinfust. Das müssen ja sehr hohe Temperaturen. Okay, was gibt es noch für rhetorische Mittel? Es gibt ein rhetorisches Mittel. Das heißt, Neologismus. Das ist das Wort Neuschöpfen. Wenn man neuer Bratai findet, basically. Es gibt dann noch die Onomatopoesie. Das ist zum Beispiel, wenn man Aaaaah oder sowas schreibt. Das ist die... Also, ihr wisst, was ich meine mit Onomatopoesie, glaube ich. Was gibt es noch? Metapher kennt, glaube ich, eh jeder. Ah, dann gibt es noch die Alliteration. Der Grund ist es, wenn mehrere aufeinander folgen dürfen. Duuuuut. Jaaa, aber ich erklär dir grad, was Alliteration bedeutet. Du kannst da mich nicht einfach unterbrechen. Hehehehe. Äh, nope. Ich hab alles reingetan. Aber ich kann ja noch ein bisschen mehr tun. Zwei hab ich schon. Eins sind vier, sind zwölf, sind sechzehn. Durchdings sind fünf, ja. Ja. Äh, gut. Was gibt's noch? Für Riturische... Äh, warte mal so. Okay, ja. Und jetzt, was nichts zu tun gibt, erzähle ich euch noch ein paar weitere Riturische... Ich meine, ich muss ja irgendwas mit dem Wissen anfangen, was ich in meinen Kopf gecramt habe für eine LZK, die fünf Minuten geht und nicht vollziehen Prozent unserer Motors macht. Also... Alliteration ist, wenn... Äh, mehrere aufeinanderfolgende Wörter dieselben Antwortgutstaben haben. Zum Beispiel, äh... Was war da ein Beispiel? Milch macht mutige Männer müde, zum Beispiel. Eine Alliteration. Ja, ich, ich enchanter. Oh, wo... Mischa. Ja. Alle Kreaturen sind, wo die Anfangskutstaben immer gleich sind, oder? Ja, eine Alliteration ist, wo... So krön. Wieso fragst du nach? Es ist so unnutzend. Ja, da frag ich halt nicht, Alter. Nein, nein, ich appreciate es eh voll, aber... Es ist nur so... Mit seiner... Mit seinem Kurzzeitgerechnet. Ja, genau, wo... Achso, jaja. Ah, genau, genau, war... Alliteration nicht das. Du kannst so ne... Du kannst so ne... Du kannst Kokain so überdosieren, dass du in Koma fällst, aber davon nicht stirbst. Pass ab. Okay, hold. Du kannst Weed so überdosieren. Na, aber... Man kann es schon... Unter Anführungszeichen überdosieren. Oh, was? Du kannst... Du kannst... Du kannst... Ich glaub... Ja, keine Ahnung. Ich glaub, der ist gerade AFK. Der Mannkotum tut jetzt seine Rede. Alter. Er... 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 Erg sitzt nach Reinen und wohnt in Tschechien. Also, entweder ist er in Tschechien oder sie ist in Österreich. Ich hab das glaube nicht. Nein. Her... Aber... Wir müssen... Jetzt kannst du endlich... Im Flow... Reckts machen... Za.. Zare... 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 Da... Der... Da... Du bist, 158. Oh. Yes. Okay, Iso, weil du schon so ein Interesse zeigst an den rhetorischen Mitteln der deutschen Sprache, dann geb ich dir noch ein paar, hab ich noch ein paar Dänge aus. Deutsche Sachen sind so, ich hab ein Dreier bekommen in Schularbeit. Digga! Und warum? Bro, sei froh, sei froh, du hast kein Fünfer. Du gehst nicht auf, ich bin Hauptschule. Bro, es ist so egal, es juckt keinen Mensch, man. Es juckt gar keinen Mensch, ob du jetzt einen Vierer oder einen Einser hast, man. Ich wünschte, ich hätte das gewusst, als ich so jung war wie du. Es juckt dir wirklich gar keinen, es juckt so. Enjoy dein Leben, Bro. Schreib Vierer und enjoy dein Leben, statt Einser zu grinden. Das ist der Tipp, den ich dir geben kann, als einer, der ein Jahr älter ist als du. Oh, fuck. Warte, sag mal Cordis. In welche Richtung reist du gerade? Z plus? Z minus? Was sind die Cordis? Z 27, also Z 30. Z 30, das heißt in die Richtung. Und die Z? Neun, neun tausend fünfhundert sechzig. Das heißt in die Richtung. Ja, hab ich. Ja, hab ich. Okay, ähm, dann gibt's noch die Anapha. Das ist, wenn, ähm, gleiche Wörter am Satzanfang sind. Zum Beispiel, er ist nicht müde, bei Strich, er ist, äh, ge, äh, er ist, äh. Nein, mir fällt kein Wurzbeispiel an. Aber ihr wisst, was ich meine. Er ist nicht irgendwas, bei Strich, er ist nicht irgendwas. Wär zum Beispiel ein Beispiel. Oh, warte. Was sind die Cordis nochmal? 200 irgendwas? Was, was, was waren die Cordis nochmal? 200... 3560. Okay, und dann, ähm, als Spiegelung der Anapha gibt's die Epifer. Das ist genau dasselbe, nur am Satzende. Gleiche weiter am Satzende. Ähm, was gibt's noch? Dann gibt's noch, ähm, was? Ja, dann gibt's noch die. Oh nein, ich hab ne 4. Spars für 5. Kleinen Joke. I'm söker. Hey Felix und meinen jetzt. Was? äh dégala, sí. Ja, er guckt sich jetzt so selber auf. Er wird lieben, Mann. Wie eine Cancer-Bobo. Jungs, schreitet euch nicht. Schreibt bitte. Nein, schreibt Easykind. Nein, das ist eine Lüge. Jetzt geht es hin. Haben wir Flint und Steel? Oh no. Haben wir Gravel? Oh, ja, ich habe Gravel. Brooo! Funny number! Is available. Was hab ich eigentlich für enchantments? Oh ja ziemlich gut. Zweimal Prot. Aber Bobo hat wirklich voll den geilen Scan. Diese Ente. Mango Ente. Okay ich brauch eine...